Die politisch Verantwortlichen, die haben sich also eben da über eine ganze Strecke schändlich verhalten. Nach 20 Jahren Militäreinsatz der NATO werden im Herbst 2021 alle Truppen aus Afghanistan abgezogen. Die Folge? Am 15. August 2021 übernehmen die Taliban die Macht. Der Abzug verläuft chaotisch, zerreißt Familien und fordert Menschenleben. Aber was genau lief schief? Der Erste Untersuchungsausschuss Afghanistan soll nun genau diese Frage klären. In Afghanistan, Protokoll des Scheiterns, spricht Markus Grotian mit Experten und Expertinnen, um Kontext und Hintergründe für die komplexe Lage damals wie heute zu liefern. So, willkommen zu einem weiteren Gespräch. Heute bei mir Winfried Nachtwey. Wir kennen uns nun schon seit einigen Jahren in Bezug mit der Ortskräfteunterstützung. Vielleicht holst du die Zuhörer und Zuschauer mal kurz ab, was dich mit Afghanistan verbindet und wie du da persönlich verboben bist. Mit Afghanistan habe ich zu tun bekommen ab Herbst 2001, als nämlich Afghanistan der internationalen und der deutschen Politik so richtig auf den Tisch knallte. Vorher haben sich relativ wenige Leute damit beschäftigt und auch in unserer Fraktion andere, andere Kolleginnen, die waren sogar auch in Afghanistan gewesen, gerade eben auch Menschenrechtspolitikerinnen oder der Uli Fischer zum Beispiel, die kannten sich da auch aus, aber bei mir nichts. Aber ich war also im Verteidigungsausschuss seit 1994 drin und da eben war für uns dann natürlich, als dann direkt die Frage war, ja, irgendeine Art vom militärischen Einsatz, da waren wir natürlich also eben als Verteidigungsausschuss da ganz besonders also eben verwickelt. Und dann ging das los, was man also eben gerade in dem Bereich von Auswärtiger und Verteidigungs- und Militärpolitik dann immer wieder hat. Man wird plötzlich also eben mit Konfliktregionen, mit Krisenländern konfrontiert, zu denen man, man wüsste, die gibt's und wo die sind, weiß man auch, aber ansonsten nicht sonderlich. Und dann also eben sozusagen intensiv reinknien, mit Fachgesprächen und so und da hat man auch inzwischen dann so die Erfahrung gehabt, sich viele Leute zusammenzuholen, unterschiedliche, unabhängige Leute, Wissenschaftler, Leute mit Regionalerfahrung, dass man da genaueres erfährt. Und ich habe dann jetzt nachträglich auch nochmal in meine Aufzeichnungen reingeguckt, was für Unterrichtungen wir schon im Oktober 2001 so eben hatten und wo uns so Regionalexperten sagten, passt auf, passt auf. Es gibt also eben Konfliktländer auf der Welt, die sind so fragmentiert, also so zersplittert, haben so eine wahnsinnige Konfliktgeschichte, bildet euch da nicht ein, ihr könntet das lösen, sondern also eben vielleicht im höchsten Fall ein bisschen was eindämmen. Also die haben einmal zu Realismus, Bescheidenheit und gleichzeitig Konsequenz gemahnt. Das war also eben schon sehr bemerkenswert, also anders ausgedrückt, bleibt gleichzeitig auf dem Teppich dabei. Kümmert euch darum, müsst ihr, also unausweichlich, aber bleibt also auf dem Teppich und das war dann schon so eine Diskrepanz, also eben zu der allgemeinen Politik. Gut, aber die Frage war ja, wie habe ich damit zu tun bekommen? Das war dann eben einmal schlichtweg die Entscheidung zur deutschen Teilnahme an der US-geführten Operation Indian Freedom. Am 16. November 2001 war das auf der Tagesordnung und dann am 22. Dezember die zweite Entscheidung. Oft heutzutage, also eben wird das alles in einen Pott genommen, aber das stimmt, das muss man auseinanderhalten. Im Dezember ging es dann also eben um die Teilnahme an der Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF. Und das war also eben ziemlich, die meisten haben da also eben zugestimmt bei der anderen Indian Freedom-Entscheidung. Da war das also eben äußerst also eben umstritten. Da wäre beinahe die Koalition drüber geplatzt. Also das war schlichtweg der Einstieg, die Annäherung an Afghanistan. Der Podcast wird von der Nirgend GmbH in Zusammenarbeit mit dem Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte e.V. produziert. Dann in den Folgejahren hast du dich also quasi in ein Thema, was vorher dir nicht so gewahr war, hast du dich dann reingekniet. Weißt du selber, wie oft du in Afghanistan warst? 20 Mal war ich da. Allerdings also eben in einer ganz anderen Art und Weise, also eben als die Einsatzkräfte, als du zum Beispiel. Du warst mehrere Monate da, vor Ort, draußen, hast da die Erfahrung gemacht. Oder erst recht also eben Thomas Ruttig mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit den Sprachkenntnissen und so weiter. Und ich also eben, ein typischer Fall von Politikern, die da also eben für ein paar Tage mal vorbeikommen. Einmal war das Extreme, einen Tag waren wir da. Und da muss man aufpassen, wenn man dann nach zu Hause zurückkommt und Presseleute, für die ist man dann direkt schon Afghanistan-Experte. Und man wird ja gern, also man hat ja nicht ungern, also wenn man was geschmeichelt wird, aber trotzdem, da muss man selbst also eben sehr aufpassen. Gut, aber bei meinen Reisen war dann also eben der Vorteil, einmal intensive Vorbereitung. Und dann also eben, da ich fast jedes Jahr da war, manchmal, also mehrfach in einem Jahr, kannte ich dann auch viele Leute. Und dann waren die Kontakte vor Ort, jetzt vor allem zu den Einsatzkräften, waren dann schnell selbstverständlich vertrauensvoll offen. Die kannten mich, ich kannte die also auch was und dann war ich nicht so eine verdächtige Gestalt einfach aus Berlin, wo man erstmal gucken muss, kannst du dem das erzählen. Also da hat man, und da ich dann also eben die Reisen auch sehr intensiv nachbereitet habe, mit ausführlichen Berichten und so weiter, haben dann auch diese Stippvisiten, es waren Stippvisiten, dann doch einiges an Erkenntnissen gegeben. Und das hat dann immerhin so viel an Erkenntnissen gegeben, ich war auch immer bei den Entsandten von allen Ressorts. Auch am Anfang direkt bei Polizei zum Beispiel. Aber die sollen dann so informativ gewesen sein, dass ich hinterher von Generälen eingeladen wurde, die zu begleiten, weil die über meine Berichte was erfahren haben, was sie in offiziellen Gesprächen mit den Kollegen von dem anderen Ressort nicht erfahren haben. Da sind wir ja gleich bei einem interessanten Thema, der ressortübergreifende Ansatz, der in Afghanistan umgesetzt wurde. Wenn du sagst, in allen Ressorts warst du zugegen, konntest du damals eine Diskrepanz zwischen den Zielen und dem Ansatz der einzelnen Ressorts, der Zusammenarbeit sehen schon? Ja, klar. Mir war einerseits wohl bewusst und deutlich schon von den Balkaneinsätzen, die ich auch intensiver begleitet habe, dass zumindest eben die staatlichen Vertreter, die wir hinschicken, dass die im Sinne des allgemeinen gemeinsamen Zieles, nämlich stabilisieren, Sicherheit fördern und dann möglichst auch nachhaltige Friedensförderung mit Aufbau und so weiter, dass man das nur hinkriegt, wenn man an einem Strick zieht oder besser mit Stricken in dieselbe Richtung. Also das war die grundsätzliche Erkenntnis, die müssen zusammenwirken. Gleichzeitig war bewusst, humanitäre Organisationen, nicht Regierungsorganisationen, die haben einen eigenen Auftrag, nämlich Hilfe schlichtweg für die besonders bedrohten, verarmten, verelendeten Menschen. Und das muss man auseinanderhalten. Aber eben vernetzter Ansatz, den Begriff gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, da haben wir eher den Begriff umfassenden Ansatz gehabt. Das ist übrigens in Klammer, ich hoffe, ich komme dann gleich wieder auf den roten Faden zurück, aber der umfassende Ansatz, den haben wir zum Beispiel schon mitbeschlossen bei dem Beschluss zur deutschen Teilnahme an Union Frieden. Da hatten wir nämlich die Befürchtung und alles deutete darauf hin, dass die USA einen einfach militärischen War on Terror machen wollte. Mit Militär meinen, man kann also eben solche Terrororganisationen besiegen. Das war also eben nach unserer Einschätzung eben unmöglich. Wir waren wohl auch der Auffassung, man braucht dabei Militär, aber man muss auch was also eben gegen die Nährböden tun, gegen den ständigen Nachwuchs sozusagen, also eben von Terrorkämpfern und so. Und deshalb also eben ökonomisch, sozial, also kulturell, also eben die ganze Bandbreite. Also umfassender Ansatz, also eben von ganz entscheidender Bedeutung. Und hinterher hieß es dann vernetzte Sicherheit und danach vernetzter Ansatz. So, aber ich habe dann jetzt den roten Faden also wieder gefunden, wie dann die Realität also damit aussah. Grundsätzliche Einsicht ja, aber ja, am Anfang wurde dann im Grunde erstmal nur auf das Militärische geguckt, weil das ja auch das Umstrittene war. Dann außerdem das Militär sichtbar, medial vor allem sichtbar. Ja, das sind interessante Bilder, egal ob die Leute dann nur so eben sozusagen ein gepanzertes Fahrzeug mögen oder ganz und gar nicht mögen, aber es ist interessant. Und es macht auch irgendwie für viele den Eindruck, die wollen was durchsetzen. Während mit zivilen Helfern, die ja, die laufen da rum, haben da eine Schippe vielleicht, sitzen am Tisch. Ach, ist das spannend, ne? Also insofern der Blick vor allem erstmal mehr eben auf das Militärische. Zugleich aber eben haben wir mitgekriegt dann, dass also auch schon im ersten Jahr 2002, dann einige Projekte, zivile Projekte anliefen, die waren klasse. Zum Beispiel im Bildungsbereich von der Deutschen Botschaft, zusammen mit einer Radiostation, was die da also an Winterschulen hingekriegt haben. Und da hat man was mitgekriegt, also von der Aufbruchsstimmung, die es da zumindest in Kabul erst mal gab. Von anderen Teilen des Landes haben wir gar nichts mitgekriegt. Nämlich, wo dann eben Kinder, vor allem auch Mädchen, innerhalb von Monaten, von Monaten, haben die Lesen und Schreiben gelernt. Da war so viel aufgestauter Bildungshunger, war sie eben enorm. Aber eben, und dann aber war das Problem, es gab dann so eben die Bundeswehrsoldaten, sprechen wir jetzt nur mal so von dem deutschen Bereich. Ein paar Diplomaten gab es. Erstmal von der Entwicklungszusammenarbeit wenig, das kam dann so mit der Zeit hoch. Und dann eben gab es auch Polizei. Weil ja so eben so verschiedene westliche Länder hatten vereinbart, sogenannte Leadrollen. Also USA, Unterstützung, Aufbauunterstützung für die Armee. Italien, also für Justiz. Großbritannien, also eben Drogenbekämpfung und Bundesrepublik für Polizei. Und als wir dann das erste Mal im Dezember 2002 dort waren, haben wir auch das Polizeiprojekt besucht. Das waren zwölf Leute. Als ich ein Jahr später da war, waren es schon 17 für die deutsche Leadrolle bei der Polizeiaufbauunterstützung. Und das war schon ein Hinweis darauf, dass das also eben mit dem umfassenden Ansatz nicht so richtig klappte. 1200 Soldaten, zwölf Polizisten, zwölf Polizisten, also für die strategische Aufgabe, wenn man was nachhaltiger hinkriegen will. Und das zog sich auch weiterhin, dass also dann der mit der Zeit aufwachsende Anspruch von einem vernetzten Ansatz, verschiedene Ressorts sollen da bestmöglich für gemeinsame Ziele wirken, dass das nicht unterfüttert war von den entsprechenden Fähigkeiten oder Kapazitäten. Die waren auch fähig, ja, waren gute Polizisten, die auch sehr gut mit den afghanischen Kollegen umgegangen sind. Ich habe die öfter begleitet. Und da hatte ich den Eindruck, das ist auf gleicher Augenhöhe sozusagen. Das waren nicht so Wessi-Missionare oder so. Ihr müsst das so machen, wie wir das in der ordentlichen Bundesrepublik machen. Nein, nein, so an sich nicht. Aber eben Kapazitäten, also zu wenig. Oder beim Auswärtigen Amt war das genauso. Beim Auswärtigen Amt, also hielt sich das über Jahre, dass das in der Botschaft, waren es ein paar Hanseln sozusagen, auch wiederum gute Leute. Dann bei den Provincial Reconstruction Teams, also eben ab 2004, ja, Anfang 2004 in Kunduz, dann Pfizer-Batt und so weiter. Ja, da hat es dann wohl eine Doppelspitze gegeben bei den Provincial Reconstruction Teams, also militärischen Kommandeur und zivilen Leiter. So, und der Kommandeur, der hatte mindestens ein paar hundert Soldaten und dann ein bisschen was an Gerät. Und der zivile Leiter, noch einen Mitarbeiter. Und dann, also eben ein paar Jahre später, da waren das vielleicht drei. Oder es hat also auch so einen, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Funktion hieß, also eben jedenfalls ein ziviler Counterpart, also eben vom Regionalkommandeur. Das war noch 2009 und der war dann zuständig für diese kleine, bescheidene Aufgabe, Unterstützung von Staatsaufbau in den neun Nordprovinzen. Wie groß war sein Team? Er alleine. Und wenn er Urlaub hatte, so alle, was weiß ich nicht, acht Wochen, dann 14 Tage weg, ja, da war die Stelle verwaist. Also das sind also knallharte Beispiele dafür, dass dieser Anspruch von vernetztem Ansatz, also anfangs so vernetzte Sicherheit, wo der damalige Verteidigungsminister Jung sagte, wir Deutschen machen vernetzte Sicherheit, wir sind vernetzte Sicherheit und wir sind vorbildlich, wir sind Vorreiter, also eben in der NATO. Und darüber klappt das. Das war ein Mantra, was gar nicht gedeckt war. Und dann kamen sie noch schlichtweg dazu, das hat sich auch mit der Zeit eben dann geändert, dass anfangs sozusagen sehr starke Vorbehalte eigentlich waren zwischen den Akteuren der verschiedenen Ressorts. Weil schlichtweg auch die Kulturen, das kennst du ja auch, also eben die Bundeswehr hat also eine bestimmte Kultur oder Subkultur, was weiß ich nicht, aber bei Entwicklungshilfe, bei Polizei ist das es auch. Und Entwicklungshelfer erst mal eben mehr auf Distanz, also eben zum Militärischen. Aber das hat sich dann eben nach aller Erfahrung mit der Zeit, dann hat man kennengelernt, dann hat man auf einmal gemerkt, ach die Soldaten, die sind ja auch ganz vernünftig. Und die Soldaten sind ja nicht, also nur weil sie eine Waffe haben, sind ja deshalb keine Militaristen oder so. Die meinen, man könnte jetzt alle Probleme mit der Waffe lösen und so. Und das hat sich dann was entspannt und eben ist mal schlichtweg was pragmatischer geworden. Aber zusammengefasst nochmal, also bei dem vernetzten Ansatz, was da, also das mit den ausgewogenen Fähigkeiten, Kapazitäten, war eben nicht gewährleistet und dann auch nicht mit der Abstimmung der Ziele auf der operativen Ebene. Und da hat man oft gehabt, wir haben Kommandeure gesprochen, auf der anderen Seite war das spiegelbildlich auch so, ja, der Kunde, der wusste nicht so richtig, was im zivilen Bereich lief, umgekehrt ist er auch. Also das war eben, waren erhebliche Umsetzungsprobleme. Richtige Idee, richtiges, na Konzept war es nicht mal so richtig, aber eben die Umsetzung, also eben, und dass die Umsetzung so hakte, das hat man dann in der Politik viel zu wenig wahrgenommen. Da hat man sich auf die Schulter geklopft. Wir haben jetzt also eben sozusagen den Goldschlüssen sozusagen gefunden. Wir hatten 2011, als ich im Einsatz war, Besuch von dem afghanischen Botschafter aus Deutschland. Der, äh, Quatsch, nein, der amerikanische Botschafter aus Deutschland hat Afghanistan besucht und war in Kunduz und hatte dort, zu der Zeit gab es drei militärische Führer, nur der deutschen. Es gab die Mentorkräfte, das PRT und das Ausbildungs- und Schutzbataillon, alle drei operierten unter jeweils eigenem Hut. Und, ähm, das hat er nicht verstanden. Ich meine, er hat vortragsberechtigt bei Herrn Obama damals. Äh, das hatte mir damals auch schon zu denken gegeben, dass, wenn er das nicht versteht, so als Außenstehender. Und dann kamen ja noch die zivilen und Entwicklungshelfer und, äh, das alles noch dazu. Ja, sehr spannend finde ich der vernetzte Ansatz. Ich bin seit 2001 in Auslandseinsätzen der Bundeswehr und alle unter deiner Ägide dann, ja, in Bosnien und im Kosovo war ich auch. Und der vernetzte, ähm, genau. Und, ähm, der vernetzte Ansatz ist mir natürlich mehr als geläufig, primat der Politik. Ähm, aber er hat sich ja weiterentwickeln müssen. Ähm, in Afghanistan meinst du, er hat sich dann den, den Zwängen entwickelt oder war man irgendwann mal vor der Welle und hatte tatsächlich, äh, gute Chancen, das, äh, umzusetzen, was man sich vorgenommen hat? Vor der Welle eigentlich noch nicht. Äh, weil ja angefangen damit, meines Wissens hat es nie, äh, ein gemeinsames Lagebild gegeben. Äh, also es kommt ja nicht darauf an, äh, gemeinsames Lagebild als Lagebild eintopft sozusagen, wo alle die Sachen reinschmeißen, sondern die, äh, Entwickler, äh, Militärspolizei haben ja verschiedene Perspektiven. Aber das dann sozusagen zusammenzubringen, das hat es also nicht gegeben, meines Wissens auch nicht, systematisch eben die Abstimmung der Ziele und Aufgaben auf der operativen Ebene, also jetzt systematisch, dass es das immer wieder auch gegeben hat, ja, okay, und dann, äh, äh, die, das, das ganz Entscheidende, die Auswertung, die Auswertung, wie sind eigentlich unsere Wirkungen? Äh, äh, und das, äh, damit, äh, hat es ja also eben, äh, äh, ja, und zwar, wie sind die gemeinsamen Wirkungen? Äh, äh, die Teilwirkungen, die sind zum Teil natürlich untersucht worden. Ihr habt natürlich geguckt, Mensch, wie kommen wir also eben mit unseren Verfahren klar? Äh, äh, was müssen wir weiterentwickeln, um da gewappneter zu sein gegenüber neuen IED-Entwicklungen? Äh, äh, was brauchen wir an Fahrzeugenverbesserungen? Da hat es ja einen ständigen Lessons-Learn-Prozess gegeben. Oder bei den Entwicklern genauso, also eben Auswertung von den Projekten, Programmen und so, oder auch, äh, immerhin, äh, die Wahrnehmung der Entwicklungszusammenarbeit, auch der internationalen Militärs in der Bevölkerung. Hat es ja so Untersuchungen sozialwissenschaftliche gegeben. Aber ressortübergreifend die Wirkungen und die Wirksamkeit im Sinne des Auftrages, das hat es nie gegeben. Und das war sie eben durch die Bank, bei dem ganzen Einsatz, also ein Kernübel, ein Kerndefizit, vor allem des deutschen Einsatzes. War nicht bei allen anderen. Die Amis haben da also mehr hingekriegt. Die Norweger, Kanadier, Holländer also ebenfalls. Und ich habe es also persönlich, also insofern ist er mitgekriegt, weil ich also auch für meine Fraktion ab der erkennbaren, deutlichen Verschlechterung 2006, als im Süden die Briten wirklich in einem offenen Guerilla- und Terrorkrieg gelandet sind und das die ganze Zeit an der Hacke hatten, mit über 400 Toten, da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt eine ganz nüchterne, selbstkritische Zwischenbilanz. Was hat es bisher gegeben? Warum verschlechtert sich die Lage wieder mit der Ausstrahlung nach Norden? General Kneipp hat uns damals gesagt, also eben hier, strengt euch sozusagen an, macht da schnell was. Und dann, also habe ich die Erfahrung gemacht, dutzende Male gefordert, also eben von der Bundesregierung, wir brauchen eine Zwischenbilanzierung, wir brauchen eine Evaluierung, Gummiband, Gummiband, immer wieder Gummiband. Also eine notorische, institutionalisierte Lernverweigerung war das. So, und damit hat man dann also eben riskiert, dass man so eben Warnzeichen, was heißt riskiert, hat man herbeigeführt, dass man Warnzeichen nicht erkannt hat und damit die Chance umzusteuern, sozusagen dann vielleicht dann tatsächlich doch mal vor die Welle zu kommen, dass man die also eben alle verpasst hat. Also das sind die tieferen Gründe und Wurzeln dafür, deutsche Wurzeln sozusagen, oder Wurzelbeiträge, dass es insgesamt dann hinterher im Großen strategisch so gescheitert ist. Ja, wenn du es selber schon ansprichst, dann das große Strategische. Es wird ja gesagt, dass wir von den Amerikanern abhängig waren und dass es dann amerikanische Schuld war. Also du siehst da auch durchaus eigenes Mitwirken, dass wir hinterher den Ausgang gehabt haben, wie wir ihn erlebt haben. Ja, man kann dieses strategische Scheitern nicht einfach nur bei den Amis abladen. Die haben da in der Tat also eine ganz maßgebliche Verantwortung, haben also mit ihrer Fokussierung erstmal nur auf militärische Terrorbekämpfung, dann also eben diese notorische Rücksichtslosigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung, wo sie nämlich, das war hinterher der Anspruch, Köpf und Herzen gewinnen. Aber in Wirklichkeit haben sie vor allem Köpf und Herzen getroffen. Kinetisch getroffen. Und dabei dann also eben sozusagen mit jedem erschossenen Taliban, das ist ja die sogenannte Coin Mathematics sind das, mit jedem erschossenen Taliban oder vielen, haben sie dann zehn Verwandte sozusagen zu Aufständischen gemacht. Das ist also eben die Wirkung dabei. Oder, dass die Amerikaner den Schwerpunkt ihres Engagements schon 2003 in den Irak verlagert haben. Und dann also eben Afghanistan vernachlässigt haben. Also da sind also eben wirklich Hauptverantwortungen. Aber die anderen Verbündeten haben da, gut, auch Bundesrepublik habe ich auch schon angedeutet, hat sich da sozusagen, hat den eigenen Einsatz anders akzentuiert. Hat also eben bis auf den Luftschlag und so, aber sonst also eben sehr darauf geachtet, Zivilbevölkerung zu schonen. Das ja. Und es hat auch insgesamt mehr auf die Bevölkerung zugegangen. Aber man hat also eben auch diesen strategischen Dissens, den es de facto gegeben hat mit den USA, zwischen War on Terror, Taliban jagen, Taliban killen und dann natürlich auch noch ein bisschen Aufbau. Aber trotzdem, das also eben die Hauptstoßrichtung, und das habe ich noch von den letzten Jahren, vor zwei Jahren noch gehört, dass da die Seals und so weiter, also eben im Wesentlichen immer zu Kill-Operationen rausgeschickt wurden. So, und dann aber eben der Ansatz der Vereinten Nationen, vieler europäischer Länder, eben vor allem Aufbauunterstützung zu machen, das ist politisch eigentlich nie ausgetragen worden. Und da ist man dann eben als Bundesrepublik auch, ja, man war gleichzeitig eben abhängig von den USA, was deren Evakuierungsfähigkeiten anging, Luftnahunterstützung und so weiter. Na ja, und wenn man so abhängig ist, dann, das liegt dann auch nahe, dann hält man eher die Klappe. Oder wahrscheinlich haben dann auch Amerikaner dann, wenn da mal so kritischen Äußerungen kamen, ja bitte, dann macht ihr es doch, macht doch besser. Und das dann auch lieber nicht. Also das, ich nenne das inzwischen so, das Bündnis-Dilemma. Wir haben als Soldaten im Zeitraum 2009 bis 2012 im Wesentlichen, haben wir mit den Realitäten vor Ort uns enorm weiterentwickeln müssen. Von den Einsätzen davor fand ich, dass wir mussten erwachsen werden. Und das, was wir eigentlich als Hauptaufgabe haben, das hieß früher kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, wurde dann unser, von uns abgerufen. Wir mussten einen Feind bekämpfen und vernichten können. Und haben uns dementsprechend, mussten wir, ja, haben wir Dehnungsschmerzen gehabt und mussten wachsen. Ist das politisch genauso passiert oder ausreichend passiert? Verzögert, weil zunächst mal die schrittweise Lageverschärfung, jetzt auch im deutschen Verantwortungsbereich, dann nicht angemessen wahrgenommen wurde. Gut, es war ja sowieso eben immer die Schwierigkeit, dass diese Sicherheitslage ja nicht einheitlich war. Da konnte es auch Provinzen geben, jetzt also Balk, also eben um Masar-Scharif herum, war längere Zeit also relativ ruhig. Andere Provinzen oder erst als im Süden oder im Osten, da war Hexenkessel sozusagen. Oder dann auch in der Provinz Kunduz, also eben auch was unterschiedlich. Oder Taka, also eben Talokan nach Osten. Naja, und jedenfalls sind dann also diese Lageverschärfungen. Ich habe selbst mitgekriegt, also eben ab Mai 2007, weil wir dort waren, also eben mit Renate Künast und Jürgen Trittin. Und als wir dort in Kunduz waren, da konnten wir uns noch frei an der Koranschule zum Beispiel bewegen. Und es hatte monatelang keine Anschläge gegeben. Also es war richtig hoffnungsvoll. Und dann zu dem Zeitpunkt auch drei Ernten und so. Und dann 14 Tage später nach unserem Besuch war ja dieser Anschlag auf dem Markt, wo vier Bundeswehrsoldaten, also eben zerfetzt worden sind und sieben afghanische Zivilisten. Und da hat sich die Sache so langsam gedreht. Und dann also eben, weiß ich noch, im Oktober 2008, als wir wieder mit den Obleuten da waren, Oberst Buske war der PRT-Kommandeur. Und der hat uns gesagt, wir haben die Initiative verloren. So, und wenn militärischer Führer in so einer Gegend sagen, wir haben die Initiative verloren, dann ist die Kacke am Dampfen. Und wir haben das dann im Verteidigungsausschuss wiedergegeben. Und da saß dann also eben die Spitze sozusagen des Ministeriums. Und was war die Antwort? Das ist die Sicht von unten. Und das war also eben, das ist jetzt nicht einfach so eine Anekdote, sondern das war exemplarisch, dass also eben diese Lageverschärfung nicht wahrgenommen wurde. Und ich habe das auch insofern ja festgestellt, hatte ja auch die Greimunterrichtungen und so. Aber wir sind zu dem Zeitpunkt im Verteidigungsausschuss nur, wir haben sozusagen Ereignismeldungen bekommen. Aber wir haben nicht erfahren, wie sind die Trends, wie sind die Schwerpunkte und so. Und dann also eben auch nicht zureichend der Blick ins ganze Land. Und weil da ja also eben alles Mögliche zusammenhängt. Da reicht es ja nicht, wenn man nur eben auf Kunduz oder so guckt. Und deshalb habe ich, also eben ab 2008 war das, Materialien zur Sicherheitslage erstellt, um da Gesamtüberblick zu kriegen. Aber das wurde eben offiziell nicht mitgeteilt. Also eben insgesamt gehörte das zu dieser Linie des Schönredens. Und dann hat es ja also eben Ende April dann diesen Überfall, diesen Hinterhalt, also eben auf eine Patrouille gegeben, wo der Sergej Motz eben als erster Bundeswehrsoldat im Gefecht gefallen ist. Und das war dann eben sozusagen auch ein Kipppunkt, wo für die Soldaten, für die war das zum Teil vorher schon klar, aber da war das deutlich, weil dieser Hinterhalt, der zielte auf die Vernichtung einer ganzen Teileinheit. Das war nicht mehr ein Hinterhalt, wo man entweder durchbretterte oder schießen, niederhalten und zurück oder so. Das reichte nicht, sondern da waren die zum Gefecht gezwungen. Also waren in einer Kriegssituation, wo die Situation ist, also eben für organisierte Gruppen, entweder du oder ich. Und das durfte ja nicht gesagt werden. Und erst dann eben 2010, da ist dann auch im Hintergrund mit der Strategieänderung der Amerikaner und der Obama dann diese Wende gekommen, wo ihr dann eben auch dabei ins Gefecht gehen musstet. Und wobei ihr aber eben, so habe ich das zumindest mitgekriegt, immer noch euch in der Operationsweise anders verhalten habt, als Teile und vor allem die geheim operierenden Teile der USA. Also ihr seid nicht sozusagen auf Taliban-Yacht gegangen, sondern ich habe das eben aus Baglan mitgekriegt, also 2010, wo dann, gut, jetzt brauche ich dir das nicht erzählen, dann weißt du ja, wie das dann so gelaufen ist. Aber wo eben ihr dann auch Gefechte geführt habt, aber gleichzeitig versucht habt, also eben dann sowieso dann auch in Kommunikation, in Abstimmung mit örtlichen Autoritäten und so weiter, dann zu operieren, ja. Ja, in dem Zusammenhang kann ich mich erinnern, Gefallen und Krieg waren zwei Begriffe, fand ich, die sinnbildlich waren zu dem Gedankenabsatz, der zwischen der Truppe in Afghanistan war und der Gesellschaft, die zu Hause den Afghanistan-Einsatz vielleicht in irgendwelchen Nachrichten mal gehört hat. Was fallen dir zu den beiden Begriffen ein? Ja, dass die also eben ausgehend von der politischen Spitze des Ministeriums, dass die also eben gemieden wurden, wie der Teufel mit dem Weihwasser, und zwar, um nicht zu beschädigen, den allgemeinen Eindruck von Stabilisierungseinsatz. Und wobei eigentlich ist es auch, wenn man bei dem Anspruch von Stabilisierungseinsatz guckt, auch da steht ja schon im Mandat drin, die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Also, dass Stabilisierung eben nicht das THW mit Gewehr ist, sondern also eben zur Durchsetzung des Auftrags, zur Selbstverteidigung sowieso, aber auch zur Durchsetzung des Auftrags der Einsatz militärischer Gewalt also eben möglich, legitim, verantwortbar sein kann. So, und da hat man also eben dann auch der Bevölkerung, der Öffentlichkeit versucht, also eben so nicht rein weinen sozusagen einzuschenken. Und dann ist das also eben mit Verzögerung, als es sozusagen nicht mehr zu verheimlichen war oder wegzureden war, da ist dann also eben der Begriff gefallen bei einer Trauerfeier, habe ich auch mitgekriegt, also eben, es sind Gefallene, das war auch noch also eben der Minister Jung und dann zu Guttenberg dann also eben auch von kriegsähnlichen Zuständen. Dann machen wir mal einen Zeitsprung zum Ende des Einsatzes hin. Wie hast du den August 2021 persönlich in Bezug auf Afghanistan erlebt? Entschuldigung, ich springe jetzt nicht ganz so weit, sondern ganz wichtig ist also eben erst noch 2014, der Abzug also eben von ISAF. Weil da nämlich der große, große Haken war, dass in der Zeit, als du da warst, 2010, 2011 hat man tatsächlich durch die andere Vorgehensweise erstmalig eine gewisse Entspannung also eben hingekriegt. Die Sicherheitslage verbesserte sich, zumindest in diesen Teilen der Region. Ob darüber insgesamt es sich gebessert hätte, steht auf dem anderen Blatt, weil ja die Taliban zum Teil dann nur verdrängt wurden in eine andere Richtung. Aber trotzdem, das haben wir gestern auch noch in einer Unterrichtung mitgekriegt aus KSK, also eben Zusammenhang, dass man 2011 enorme Fortschritte hatte, also eben bei der Festnahme zum Beispiel von so Terror-Drahtziehern und so weiter. Also da gab es das Anzeichen so. Aber der Haken bei alledem war, dass also eben diese besondere Anstrengung von USA, Obama ausgehend, aber von anderen auch dann mitgetragen, dass das verbunden war mit der Ankündigung, ja, aber wir sind 2014 dann mit Kampftruppe raus. So, und da hat sich das herausgestellt, was gerade auch viele Offiziere sagten, ja bitte, dann brauchen die Taliban sich nur zu sagen, eben, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Wir warten ein bisschen ab und dann eben haben wir die Initiative. Und so ist es dann auch tatsächlich gelaufen. Und da war das Bemerkenswerte, das ist hierzulande praktisch nicht wahrgenommen worden. Ich habe im Rahmen dieser Sicherheitsmaterialien ja dann mit der Zeit dann vor allem auch die UNAMA-Zivilopferberichte ausgewertet. Ab 2014 die Zahl der Zivilopfer um 20 Prozent gestiegen. Um 20 Prozent, also viele hunderte Tote und viele, ja, einige tausend, also eben Verletzte. Das war der Anstieg. Und dann also eben im Oktober, September, Oktober 2015, die Besetzung von Kunduz. Schwerpunkt Provinz des deutschen Engagements. Und dann, also 14 Tage oder so, waren die da so am Werk. Und da ging es dann vor allem den sozusagen wertemäßig oder Werteverbündeten der Bundesdeutschen an den Kragen. Und das war ja eben vor Ort dann auch ein Schock. Sondergleichen. Und da hat sich also eben gezeigt, in den ersten Jahren hat es meines Erachtens was zum Teil Aufbauillusionen gegeben. Dann in den ersten Jahren der Zehnerjahre, also Ankündigung 2014 draußen, Abzugsellusionen. Da war damals, habe ich von auswärtigen Amtleuten gehört, ja, wenn wir mit Kampftruppe sind, dann sind wir auch nicht mehr so anstoßerregend. Gegenteil war der Fall. Und dann also eben hat man mit Resolute Support, ist man ja stark also runtergefahren, nur noch Beratungsmissionen. Und diese Beratungsmission hatte stark nur noch symbolischen Charakter. Waren insgesamt 90 Berater, glaube ich, oder 60 Berater im ganzen Norden. und die waren auf der höchsten Ebene. Es hat nichts an Partnerinnen gegeben. Also die deutschen Offiziere, die dabei eingesetzt waren, die haben null mitgekriegt von dem, was dann so eben bei ihrer Beratung dann auch sozusagen im Gelände umgesetzt wurde. Und ich habe also x-mal auch gefragt, reicht das denn überhaupt? Habt ihr davon eine Wirkung? Ein anderes Thema, geschwiegen dazu, nie eine Antwort. Und jetzt im Nachhinein habe ich das auch von mehreren Generälen gehört. Ja natürlich, das war nur noch symbolisch. Nur noch symbolisch. Also das war die Vorbereitung von, so bitte und jetzt nochmal die Frage zu 21. August 21, wie hast du es persönlich erlebt, der Niedergang? Ich war einerseits schockiert, aber andererseits in keiner Weise überrascht. In keiner Weise überrascht deshalb, weil absehbar war, dass das amerikanische Vorgehen unter Trump zielte nur darauf hin, Abzug ohne Gesichtsverlust. Ohne so Bilder wie von Saigon in Vietnam. Das war das Entscheidende. Ansonsten nach uns die Sintflut. Das war die Grundhaltung. Und die Art, wie dann auch die Verhandlungen dann in Doha gelaufen sind, afghanische Regierung draußen, Zivilgesellschaft erst recht draußen und auch die Verbündeten, hinterher vielleicht ein bisschen Unterrichtung, mehr aber eben nicht, das alles also eben zielte darauf und dann also eben auch die Art der Umsetzung nach Doha, das war ja 2020, wenn ich mich richtig erinnere, wie lange es dann mit den internen Friedensgesprächen also eben gedauert hat, bis die erst so zustande kamen und dann schon sukzessiv, also schrittweise, der Abzug der US-Streitkräfte, die die Basen also eben geschlossen haben und so weiter. Und ja, da war die Warnung verbreitet, auch also eben hier in der bundesdeutschen Politik, als wieder die Verlängerung von Resolute Support so anstand, wenn man jetzt also eben sozusagen schnell abziehen würde, dass das wohl irgendwie in einem Chaos also enden würde. Und ja, dann kamen beiden, aber auch beiden, da war an sich bekannt, dass er eigentlich dieselbe Linie weiter verfolgen würde. Und dann war eben das Bemerkenswerte, dass das, was jetzt erkennbar an, ich sage mal allgemeine, an Zusammenbruch drohte, an ziemlich schneller Zusammenbruch, und ich meines Teils habe eher befürchtet, jetzt schnell Bürgerkrieg, dass diese Worst-Case-Wahrscheinlichkeit offensichtlich in der Exekutive an den maßgeblichen Stellen der Bundesregierung ausgeblendet wurde. Und in gewisser Weise wahrscheinlich wieder besseres Wissen. Weil man ja vorher bei Mandatsdebatte hatte man ja gesagt, auf Vorsicht davor, vor sozusagen von einem Sturzrückzug. Und also ich habe in der Zeit ab 2008 wieder intensiver dazu, also Berichte verfasste, amerikanische Sachen ausgewertet, also die Berichte vor allem von Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, die SIGA-Berichte. Und wo dann eben auch, das ist mir auch dann im Jahre 2020 noch aufgefallen, wo dann dargestellt wurde, boah, die Abhängigkeit der afghanischen Streitkräfte, vor allem der Spezialkräfte der Polizei von amerikanischen oder US-bezahlten Contractors über 10.000. Ohne die Contractors, dann fliegt schnell kein Hubschrauber mehr, dann läuft der Nachschub nicht mehr, nichts. Also sozusagen gelähmte, bewaffnete, also Streitkräfte sozusagen. Und also das war, stand schwarz auf weiß. Und dann war aber auch auffällig, als dann Bundestagsdebatten waren, war von SIGA-Berichten zum Beispiel nie eine Rede. Also die wurden auch leider auf parlamentarischer Ebene offensichtlich nicht wahrgenommen. Gut, aber jedenfalls habe ich in der Zeit ab 2018 30 solche Warnberichte verfasst. Aufrufe im Internet, also eben für meine Verhältnisse als Ehemaliger, da wird ja nicht mehr so viel angeklickt, aber immerhin etliche 10.000 oder ein Bericht, also 80.000. Das ist ja zumindest nicht schlecht. Naja, aber es war also einerseits bekannt und andererseits eben verdrängt, und gut, überraschend war dann wohl für fast alle, dass es diese also Übernahme, ja diese geradezu gewaltlose Übernahme von Kabul innerhalb von ja von Stunden also gegeben hat. Das war wohl, aber dass es also eben zu dem Zusammenbruch gekommen ist und auch Kollaps, das war eigentlich absehbar. Und ansonsten muss ich sagen, das ist ganz eigenartig, ich habe dann sozusagen, also zu der Zeit war man dann wieder viel mit Interviews also eben gefragt, das heißt dann eben politische Verarbeitung, das ist bei mir gelaufen, oder auch, dass man sehr schnell eben erkannt hat, also dass die Soldaten, die Polizisten, die die Waffen gestreckt haben, dass die überlebensklug gehandelt haben, die waren nicht feige, nein, aber bei einer solchen Politik, einer solchen Führung, die so von Korruption zerfressen ist, wo bekannt war, auch bei deutschen Offizieren, bei Generalen, die also eben in Kabul waren, dass die meisten Generäle sowieso ihre Familie schon im Ausland hatten und kräftig Geld in der Tasche hatten, dass für Seuche zu bluten und ohne Aussicht auf Überleben und sich also eben dann noch zu kämpfen, nee, das war also das Überlebensklug, war das von den afghanischen Soldaten, also Polizisten. Ab dem Moment, wo es sich nicht mehr lohnt, für ein System zu kämpfen, ist es sehr schnell zu Ende und nicht langsam und dahinsiechend, das hat man da ja gesehen. Ja. Dann wurde ein weiteres Kapitel für die Bundeswehr aufgeschlagen, es gab Entschuldigung noch, weil ich habe da vorher so einen Widerspruch bei mir oder ja, so eine Diskrepanz angedeutet und zwar einerseits politische Verarbeitung, ja, aber sozusagen die menschlich emotionale, das ist noch irgendwie noch nicht so, aber gut, das hat also eben mit einer privaten Sache zu tun, weil nämlich in dem selben Jahr auch wenige Monate vorher meine Frau gestorben ist, plötzlich und dann gut, war man auch noch anders beschäftigt. Die Evakuierung durch die Bundeswehr, die dann eingeleitet wurde, wie bewertest zu die? Zunächst mal der Abzug der internationalen Truppen und Abzugsoperationen gelten ja in der Regel als besonders riskant. Das lief ja. Bei den Amis ist es sogar in Nacht und Nebel gelaufen, ne? Bagrama. Was eine fürchterliche, das war ja so eben auch ein Tiefschlag also eben für die afghanische Seite. Jetzt wusste man, auf die ist kein Verlass, garantiert kein Verlass. So, aber also die Rückführung der eigenen Truppen, das hat geklappt, aber eben die Schattenseite schon dabei, also eben, dass man eben dabei nicht, also eben mehr an die Verbündeten, an die eigenen, die eigenen Verbündeten am Boden sozusagen, angefangen bei den Ortskräften, also eben gedacht oder das ausgeblendet hat, natürlich hat man daran gedacht, aber hat das eben ausgeblendet und dann also diese Evakuierung selbst, die ja eben nur relativ kurz, quasi eine Woche, also ein bisschen mehr als eine Woche war das, oder zehn Tage, das ist ja dann kürzestfristige Alarmierung und dann waren die Fallschirmäger da, auch KSK und dann also eben auch was BKA und so weiter und der Gesandte, also so Restkräfte, also von der Botschaft, die dann in dem absoluten, absoluten organisatorischen Sicherheits- und menschlichen Chaos, also eben agieren mussten, haben die es dann also eben immer hingekriegt, da also eben Größenordnung war wenige tausend, glaube ich, Ja, also haben die die dann also eben zumindest also eben rausgekriegt und war vor kurzem noch also eben bei der Luftlandebrigade also eben im Saarland, also die Hauptträger dann eben auch dieser Kräfte waren und da hat man eben auch mitgekriegt, also was das eben für eine krasse, absolut krasse Situation war, die eben für die Beteiligten auch eine traumatische Situation und wo man nur hoffen kann und darauf drängen kann, dass rechtzeitig es auch oder von vornherein dann auch eine entsprechende Nachbereitung geschieht, also weil ansonsten gibt es da würde es dann viele sozusagen psychisch schwer Verwundete geben, aber was die dann unmittelbar geleistet haben, die Kräfte vor Ort, das war also eben gut, das war also eben stark, die haben da was enormes eben hingekriegt, wie dann also eben die Entscheidung so in Einzelfällen ist, oh Gott, das kann man nicht hier vom Sofa aus oder so von meinem Sofa zu Hause aussagen, aber die haben da kräftig was geleistet, aber diese Leistung dieser Kräfte ändert aber eben nichts daran, dass es zum Abschluss eines strategischen Scheiterns diese Operation gelaufen ist und dieses strategische Scheitern hat ja im Grunde seine Fortsetzung dann noch damit gefunden, wieder insgesamt dann weiter das so verschleppend dann also mit den Ortskräften gelaufen ist und also eben das war sozusagen eine andere Dimension noch von dem strategischen Scheitern nicht nur bezogen auf ursprüngliche Aufträge und Ziele sondern dass man in krasser Weise verbündete verraten hat verbündete am Boden und eben was auch an sich meinem Eindruck her hierzulande kaum wahrgenommen wurde es hat auch einen Bruch einen extremen Bruch von Bündnisloyalität gegeben durch den amerikanischen Präsidenten die hat einfach verkündet und da mussten die anderen weg ob sie wollten oder nicht und dann also die vor Ort sind auch der Abflug der letzten Kräfte aus Mazar-i-Scharif und damit des deutschen Einsatz Kontingents und eigentlich das offizielle Ende des Einsatzes war Ende Juni ich habe ein Foto davon bekommen von einer unserer Ortskräfte die das Ganze aus dem Tower die letzte Maschine hat abfliegen sehen sehr zu seinem und meinem Verdruss die Ankunft in Wunsdorf durch den Befehlshaber des Einsatzführungskommando wahrgenommen zeigt das die Verdrängung oder die falsche Wahrnehmung des Einsatzes aus Afghanistan nach 20 Jahren kommen die letzten Truppen wieder und keiner empfängt sie so haben wir das im Beirat in Führung auch an sich wahrgenommen und haben da so eben ein entsprechendes was an die Ministerin also damals so geschrieben hat es ja auch in den Medien und auch in der ich sag mal Bundeswehr Community entsprechend was zugegeben zum Teil das aber eben eine Anmerkung hat es aber wohl auch dann also eben unter beteiligten Soldaten selbst also sowas gegeben wie auch bei der Evakuierungsoperation als sie dann zurückkamen die wollten die wollten einfach nur nach Hause das gibt dann sie eben auch aber trotzdem also eben dieses was heißt äußere dieses sichtbare Zeichen von Wertschätzung und so ist eine elementare Sache und das wird auch jeder Beteiligte aus einsehen der monatelang oder was weiß ich nicht dann eine etliche Zeit in einem kritischen Einsatz war dass man also eben wegen dieser Wertschätzung deren Mangel ja sonst eben immer beklagt wird dann auch ruhig noch ein paar Stunden dann da vor Ort sein kann und auch wenn man eine politische Rede hören Am 31. 8. gab es dann einen großen Zapfenstreich vor dem Reichstag Wie bewertest du den im Vergleich zu der Landung in Wunsdorf Ja das war dann so nachgeholte Ehrung sozusagen wobei wichtig ist es hat nicht nur den Zapfenstreich gegeben sondern eben auch vorher dann am Bändlerblock einen großen Appell mit einer sehr guten Rede des Bundespräsidenten und dann Empfang durch den Bundestag und wo es dann die Möglichkeit gab also zwischen Politikern und Soldaten sich also eben zu unterhalten also diese drei Sachen hat es gegeben und bei zwei die habe ich auch miterlebt also das fand ich also eben angemessen würdig der Haken dabei war dass bei diesen großen öffentlichen Veranstaltungen einfach die wenigen Diplomaten und Polizisten keine Rolle spielten und die hatten vor Ort auch wenn sie also eben nicht die Hälfte dann des Restkontingents waren aber haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt ja so ähnlich ging es mir mit den Ortskräften die waren an diesem Appell ebenfalls nicht eingeladen und das fand ich ebenfalls sehr schade obwohl der Bundespräsident ich zitiere mal aus seiner Rede an dem Tag und unser Land ist den mutigen Afghaninnen und Afghanen zu Dank verpflichtet die für deutsche Stellen gearbeitet haben und die deshalb in ihrer Heimat heute um ihr Leben fürchten müssen ich fand es sehr schade dass die Ortskräfte das nicht selber hören konnten weil sie da nicht eingeladen waren aber dass er darauf Wert gelegt hat das zu erwähnen fand ich damals gut nichtsdestotrotz sind Stand heute immer noch 4000 Ortskräfte die für uns gearbeitet haben mit ihren Familienangehörigen in Afghanistan und wir versuchen sie weiter zu evakuieren haben wir uns also unseren eigenen Ortskräften gegenüber nicht anständig nicht ausreichend gekümmert du bist genau das Gegenbeispiel mit dem Patenschaftsnetzwerk und etlichen anderen die sich da engagiert haben also deshalb dass wir würde ich nicht so übernehmen aber dass die politisch verantwortlichen die haben sich also eben da über eine ganze Strecke schändlich verhalten du bist selber in der Enquete Kommission der Untersuchungsausschuss tagt gibt es den Willen ernsthaft aufzuarbeiten um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen was meinst du in den Beschlüssen des Bundestages ist dieser Wille sozusagen niedergeschrieben als die Ausschüsse anfingen wurde das auch so deutlich gesagt gegenüber der Presse also jetzt bei der Enquete Kommission habe ich es ja dann direkt also eben mitgekriegt und bei ich gucke ja nicht hinter jede Stirn aber bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen also in der Enquete Kommission würde ich das auch so sehen zugleich ist mir aber aufgefallen dass unter den zwölf Abgeordneten die Mitglieder der Enquete Kommission sind kein Abgeordneter ist der längere Zeit also eben was stärker Mitverantwortung getragen hat also eben für diesen Einsatz also da habe ich leider den Eindruck da duckt man sich also eben weg und umso mehr finde ich aber respektabel und bewundernswert wie sich ganz neue und junge Abgeordnete jetzt da reinknien und die haben ja Abgeordnete haben immer mindestens 20 verschiedene Themen in seiner Hacke und dann noch einen Wahlkreis und so weiter und so fort aber die knien sich da jetzt rein sind da an der Aufklärung so interessiert aber diese Aufklärung diese Aufarbeitung ist kein Selbstläufer das auf jeden Fall und es gibt auch das hat man zum Teil dann auch in Reaktion aus Ressorts eben was mitgekriegt es gibt da auch weiterhin noch eine gewisse Verdrängungsbereitschaft ja oder auch so eine Schutzhaltung so eine Abwehrhaltung also wir waren in Ordnung die anderen vielleicht also das insofern ist da sozusagen die rücksichtslose Ehrlichkeit die jetzt die ganze Zeit eben gemangelt gefehlt hat aber die jetzt ganz ganz dringend ist die ist noch nicht in allen Köpfen und vor allem Herzen angekommen wenn wir nach wenn wir nach vorne schauen was braucht Deutschland braucht Deutschland vielleicht ein Sicherheitsrat ein neues Element oder vielleicht eine du sagtest der ersten dass die die gelernten Sachen nicht berücksichtigt wurden braucht es vielleicht ein nationales lesson learn center oder irgendwas was wie könnte man sich für die Zukunft besser aufstellen dass das so nicht nochmal passiert ja wir sind bei der Enquete Kommission ja genau auch bei diesen Lehren dran und natürlich kann ich mir nicht erlauben da also eben vorzugreifen aber andererseits habe ich mir natürlich also eben schon lange immer wieder Gedanken gemacht also über Schlussfolgerungen dabei und wenn es so um na erstmal eine Konsequenz ist sehr richtig hat aber nicht nur einfach mit Afghanistan zu tun sondern das ist also schon länger gerade aus der sicherheitspolitischen Community ein Drängen also dass wir eine nationale Sicherheitsstrategie brauchen weil nämlich Merkmal also eben auch bei allen deutschen Kriseneinsätzen war die ziemliche Strategielosigkeit dass die Bundesrepublik eher erstmal in einem reaktiven Modus oft war die Sache ist immer erst in Brüssel in New York oder so aufgeschlagen und dann hat man sich dazu verhalten das war das erste und dann aber eben diese ziemliche Strategieschwäche also dass sowas kommt jetzt in der Mache ist das ist also eben gut und dann also eben Konsequenz also eben und dann zweitens eben auch mit dieser nationalen Sicherheitsstrategie müsste verbunden sein dass dass es einen Ort der strategischen Kommunikation und Koordination gibt wie das dann heißt steht auf dem anderen Blatt aber und was umstritten ist natürlich wo angedockt weil das ja mit Einfluss verbunden ist oder mit Einfluss sozusagen Abgabe das ist noch nicht geklärt aber trotzdem so einen strategischen Ort der ist also eben dringend notwendig und dann bezogen auf Kriseneinsätze sind dann so wesentliche Schlussfolgerungen erst mal überhaupt sich klar zu sein was sind die eigenen Interessen dazu und da hätte man dann eben bei Afghanistan im Nachhinein auch jetzt bei unseren Anhörungen bisher wird klar gesagt ein deutsches origineeres Interesse wurde nicht formuliert sondern einfach Bündnisloyalität gegen die USA das war das Entscheidende Michael Steiner außenpolitischer Berater des Kanzlers Schröder hat gesagt auch hätte auch Fidschi sein können während ihr alle oder ihr meisten die Zehntausende die von der Politik hingeschickt wurden die hatten wohl ein Interesse daran dass das vernünftig läuft das was mit dem Land sozusagen vorankommt also das nüchterne ehrliche Interessendefinition und das zweite das Land also eben insgesamt im Blick zu haben wenn man einen Schwerpunkteinsatz hat nicht nur so auf Kundus gucken nicht nur auf den eigenen Verantwortungsbereich nicht nur auf den eigenen Beitrag das war auch die Linie habe ich so die ganze Zeit mitgekriegt bei der Begleitung von solchen Kriseneinsätzen so eine Haltung Deutschland steuert verlässlich seinen Beitrag bei aber wir machen uns nicht so viele Gedanken darüber ob es überhaupt was bringt das ist so das erste dann das zweite von entscheidender Bedeutung Landeskenntnis und Konfliktverständnis und das ist auch das bisherige Ergebnis schon bei der Enquete Kommission eindeutig es mangelte an Landeskenntnis und Konfliktverständnis wobei auf deutscher Seite war es dann noch relativ was besser gut meines Wissens zum Beispiel bei den Holländern und schlecht bei den ganz starken Amerikanern wo jetzt die höchsten Generäle sagen wir haben jahrelang keine Ahnung gehabt worum es ging und es kam immer was anderes dabei raus als wir vorhatten das ist das Zweite dann das Dritte eben Strategieentwicklung und bei der Strategieentwicklung von entscheidender Bedeutung dass nicht nur allgemeine Ziele dann dadurch gesetzt werden sondern operativ sozusagen buchstabierte Ziele die auch überprüfbar sind wenn du keine überprüfbaren Ziele hast kannst du auch nicht feststellen sind wir vorangekommen oder nicht das war immer wieder das Drängen von PRT Kommandeuren bei Briefing jedes Mal haben sie uns gesagt was sollen wir denn konkret machen hat keiner aus Berlin gesagt ja dann musst du selbst machen und der nächste PRT Kommandeur macht dann und dann ist er eben das nächste ich glaube das ist jetzt die Nummer vier bei den Schlussfolgerungen da ist eben die ausgewogenen Fähigkeiten und Kapazitäten habe ich ganz am Anfang sie eben angesprochen elementar und dann also eben das letzte ja ein ehrliches Berichtswesen ein rücksichtslos ehrliches Berichtswesen und zwar durch alle Stufen also der Hierarchie und damit verbunden eine Wirkungsorientierung auch das war sie eben über weite Strecken des deutschen Einsatzes nicht wirklich Wirkung erzielen ihr ja Ihr konntet ja auch direkt dann sehen also was macht dann eben unsere Operation aber insgesamt zum Beispiel der KSK Einsatz der ersten Kontingente war nicht auf Wirkung sondern das hat sogar damaliger Generalinspektor Kujat gesagt ja als Zeichen dafür wir stellen den USA eine Hochwertfähigkeit unsere Hochwertfähigkeit zur Verfügung also symbolisch mehr nicht und das war für die meisten beteiligten Soldaten was für ein Arsch Ich danke dir für deine Zeit und deinen Beitrag hier und uns dein Wissen aufzuzeigen und ja möchtest du noch was sagen zum Schluss Danke für das Danke aber das habe ich also mehrfach zurückzugeben weil du also eben als einer der dort vor Ort also als Soldat warst aber eben so dieses Verlässlichkeitsversprechen auch gegenüber den Ortskräften dann also die ganze Zeit praktiziert hast dabei auch so ganz schön Gegenwind also eben gekriegt hast und insofern finde ich bist du ja gibt ja also eben in der Bundeswehr ist ja der Anspruch Staatsbildenuniform ja und da bist du ein vorbildlicher Staatsbildenuniform und das ist klasse Ich danke dir Winnie Dann danke ich und bitte noch einen schönen Abend